So, Fahrschule Prüfung 14 sind wir schon. Vor der Kurveneinfahrt langsamer werden wird jetzt ein bisschen anspruchsvoller wie beim nächsten mal. Diesmal mit dem Bugatti Vyron GR4 wählen sie eine Bremsmarkierung aus, okay. Dragontrail Küste in Kroatien. Die Kurve gefällt mir jetzt schon nicht. Okay, okay, okay. Er muss jetzt mal rückwärts machen. Ich dachte, er bricht automatisch ab. Wollen noch mal der Rückwärtsgang? Okay, dann machen wir die Ansicht. Ja, das ist ein bisschen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich kann ein bisschen länger dauern, glaube ich. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Das ist schön. Das ist ein Spiegel mit Spiegel. Okay. Ich hätte hätte jetzt echt gedacht. Ja, verdammt. Keine Ahnung. Hm. Nein, das ist erstmal durch die Kräfte gekommen. Einmal durch und dann in den Wald. Ne, sehr schön. Ja. Wir fahren. Passt soweit. Ein 9100 Credit. 3 bis 9. Und 1 20. 5. 4. Okay. Dann sage ich mal bis zur nächsten Runde. Bis dahin. Bye, bye.